Hallo Leute und willkommen zu Project CEO4 und ja was haben wir das jetzt mitgemacht, gute Frage also wir machen mal weiter und wir haben hier gespeichert ja und genau das letzte mal haben wir uns den Code von der Uhr geholt da ich jetzt keine Ahnung mehr wie der geht, aber egal das können wir später wieder rausfinden und zwar jetzt falsches Menü Fotos der Ahnung Fotos Files ähm Hintz und Vater-Glock-Code 8395 war der Code ja oh da ist irgendwo schon gefallen bei mir egal wir gehen weiter und wieder da hinein damit wir die Tür öffnen können Boah Krankenschwester Boah immer diese Krankenschwester nicht sind ja krank ich so scheint nicht zu wir geben den kalten äh den ich schon wieder vergessen habe ich glaube 8 nicht zu Mann du blöd Mann 9 5 3 war das richtig? nö schauen wir nochmal nach ich bin sehr vergesslich ich bin dumm fein großverdeckung 8 8 3 5 die Zahlen habe ich mir gemerkt aber die Reihenfolge nicht ok ok 8 3 9 Mann und 5 5 5 5 5 die Tür hat sich geöffnet 5 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 6 7 7 8 10 5 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 6 6 5 6 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 7 7 7 7 7 8 8 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 13 14 15 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 16 15 15 Bei uns! Kannst du bitte sterben für mich? Danke, bitte! Gut, er ist tot. Wo ist der Z? Hallo! Geist! Stirb für mich! Er lebt noch! Scheiße! Wollt! 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 Da 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 da! Da kommt der! Da kommt der! Da kommt der! Und nemmts! Stirb! Daun! Zwei Geister geschafft auch hier! Diesmal... Ja, ich liebe meinen... Liebe meinen Silberner Fäden! Und ich werde auch lange nichts anderes benutzen! Da er auch gut genug ist! Solange ich gut genug spiele! Irgendwas ist erschienen! Raub mit Büchern! Wer ist das? Das sind so viele Bücher! Aber ich weiß genau, was das ist! Und ihr, wenn ihr die restlichen Parts geschaut habt, müsst ihr es auch wissen! So, hier gibt's auch was zu entdecken! Ein Item! Ähm... Ich liebe die Times! Notiz einer weiblichen Patientin! Ein alter Brief ist aus dem Schlitz in der Tür gesprungen! Okay, dann können wir das zusammen machen! Ich bin wirklich nicht... Äh... Ich weiß nicht, wie ich sage soll... Ich bin eigentlich... Man kann sagen, ich bin zu faul, das zu übersetzen wird! Ja, ich bin ein Arschloch! Ich könnte das übersetzen, aber ich bin zu faul! Weil es einfach zu viel Text ist! Ich kann es euch sonst nur... Entweder können wir so wie bisher machen... Dass ich es einfach immer kurz stehen lasse und ihr lest es! Oder ich kann es euch in Englisch vorlesen, wie ihr wollt! Schreibt es einfach in den Kommentaren! Bei diesem Part! Und ich werde das in den... Parts, die ich danach aufnehme, nachdem dieses Video online geschätzt wurde und ich die Kommentare gelesen habe... Äh... berücksichtigen! So, wir haben diese zwei Scheißgeister besiegt! Das heißt für uns speicheln! Man, nicht schon wieder Geister! Wo? Wo? Oben? Ach, Schitz! Man, diese Geister nerven, die kommen immer irgendwann und irgendwo, wie sie wollt! Okay, was kauf ich mir? Ähm... Ich hab nur eigentliche Kräuter-Medizin! Mehr! Power! Aaaaaahhhh! 4! Leuter-Medizin, jetzt! Speichern muss ich auch! Mach ich auch! Nur noch Zeit! Genug Zeit noch, um in die Bücher reinzugehen! Du-duh-duh-duh-duh